Moin Leute, willkommen zu einem neuen Vorbereitungsvideo für den Titanen Brigeron. Heute geht es um Azumarill. Ja, Azumarill kann man sehr gut spielen. Durch eine Fähigkeit wird es schon möglich sein, damit relativ einfach durchzukommen, weil der Titan euch eher pushen könnte. Ich würde sagen, aber das gucken wir uns im Detail jetzt im Video an. Erstmal kurz Intro und danach ab ins Video. So, dann schauen wir uns nochmal an, wie man Azumarill denn spielen kann. Also, wir wissen ja, Azumarill ist Typ Wasserfee, was uns so einen Vorteil bringen wird in den ersten Runden auf jeden Fall. Und wir spielen ihn mit dem Terra-Typ Wasser, der wir wollen mit Wassertagen angreifen. Ich würde Muschelglocke ausrüsten, einfach wegen der Heilung, weil ohne Heilung würde es wahrscheinlich nicht funktionieren. Das ist ganz, ganz wichtig. Und das wäre das Moveset. So, ich würde spielen, jetzt kann man hier ein bisschen variieren. Auf jeden Fall Wasserring würde ich raushauen, einfach, dass wir jede Runde Heilung bekommen. Das finde ich sehr geil, weil wir einfach immer so ein bisschen Zusatzheilung haben. Man muss überlegen, wann man das spielt. Jetzt komme ich dazu, weil theoretisch gesehen wäre der Hauptangriff Bauchtrommel und dann Aqua-Durchstoß, dass wir uns wieder mit Muschelglocke hochheilen. Das Problem ist, wenn der Titan relativ früh unsere Werte resettet, macht das keinen Sinn, am Anfang Bauchtrommel einzusetzen, weil er wird eh resettet. Das heißt, wir können auch Wasserring spielen, kalte Dusche spielen zum Beispiel, oder halt erstmal nur kalte Dusche. Das müssen wir so ein bisschen variieren, ab wann er welche Werte resettet. Weil kalte Dusche ist zum Beispiel dafür da, um seinen Angriff zu senken. Den nutzen wir nur, um ihn zu schwächen. Das heißt, wenn wir zum Beispiel wissen, dass er nach der dritten Runde die Werte resettet, würde ich einfach dreimal kalte Dusche einsetzen, dann lieber einmal sterben, Full-Life haben, Bauchtrommel einsetzen und dann Aqua-Durchstoß spielen. Und wenn ihr Full-Life seid, im Prinzip mal ein Wasserring dazu, einfach um ein bisschen, um uns zu pushen. Aber, was jetzt der Faktor ist, warum man auch ohne Bauchtrommel wahrscheinlich spielen könnte, wäre die Fähigkeit Vegetarier. Denn Azumerel kann Vegetarier haben, Leute. Wenn das Pokémon von einer Pflanzenattacke getroffen wird, erleidet es keinen Schaden, stattdessen steigt sein Angriff. Wir wissen ja, Prigeron ist ein Pflanzen-Pokémon, wird Pflanzenattacken haben. Wir wissen auch, dass die Pokémon-KI nicht so schlau ist und aufhört anzugreifen, weil wir hatten auch bei Backel zum Beispiel, dass Tornupto trotzdem Eruption eingesetzt hat, obwohl hier die Knusperkruste die Feuerattacken abfängt. Das heißt, er wird trotzdem Pflanzenattacken einsetzen. Und da wir ein Wasser-Pokémon sind, könnte es sogar sein, dass er vermehrt Pflanzenattacken einsetzt, was uns gar keinen Schaden macht und unseren Angriff pusht. Das heißt, wenn es der Fall sein sollte, dass Prigeron wirklich so leicht zu, ich sag mal, umgehen ist und er uns die ganze Zeit oder öfter mit Pflanzenattacken angreift, würde ich keine Bauchtrommel spielen, weil ihr werdet ja einfach durch euer Vegetarier oder so gepusht und ihr müsst nicht das Risiko eingehen, euer Leben zu halbieren, nur weil ihr eine Bauchtrommel spielen wollt. Dann würde ich vielleicht lieber hingehen und würde schauen, dass man sowas wie Regentanz zum Beispiel rausbekommt, einfach um Wasserattacken nochmal zu pushen. Weil das, wisst ihr, dann würde ich lieber kalte Dusche spielen, bis man, sagen wir mal, dreimal kalte Dusche, um seinen Angriffswert komplett runterzunehmen, dann Wasserring oder der Vorwasserring, das muss man ein bisschen entscheiden, und dann mit Aqua-Durchschuss-Damage machen. Und wenn man zum Beispiel merkt, okay, er greift mit Pflanzenattacken an und ihr habt dann, jede Runde, wo er eine Pflanzenattacke einsetzt, ist halt im Prinzip eine verlorene Runde für ihn und ihr könnt eine Runde frei so gesehen spielen. Das heißt, ihr könntet einfach auch Regentanz benutzen, um dann halt eure Wasserattacken zu pushen. Ich glaube, das Set könnte sehr gut funktionieren, gerade halt wegen Vegetarier, das ist der einzige Grund. Und natürlich dann auch Wasser zu terra-kristallisieren, weil dann haben wir immer noch die Pflanzenschwäche. Und EVs, KP und Angriff, ganz, ganz wichtig, natürlich. Und natürlich auch die DVs maximieren, Leute. Wenn ihr da Probleme habt, ich verlinke euch gerne nochmal ein Video in der Beschreibung. Ja, ich könnte mir das sehr gut vorstellen, dass die Kombi aus der Kombi gut funktionieren kann. Und ich zeige euch nochmal ganz kurz auch ein bisschen was zu dem Titan selber auf der Internetseite, dass wir nochmal ein bisschen was wegen dem Moveset gucken, dass wir auch nochmal da sehen, was er haben wird, haben kann. Ich mache die mal ganz kurz hier nebenbei auf. Hashtag vorbereitet. Nein, aber so. Das ist auf jeden Fall die Prigeron-Seite. Wir sehen, Prigeron ist Pflanze-Kampf. Das heißt, er wird auf jeden Fall eine Pflanze- und eine Kampfattacke haben. Da können wir ausgehen. Er ist Terra-Typ-Gestein. Das heißt, er wird auch eine Gesteinsattacke können. Das dritte, äh, das vierte in dem Fall ist offen. Das kann hier von Dunkelklaue über Knirscher, über Erdbeben, über Eisenschädel, das kann alles sein. Das können wir aktuell nicht beeinflussen. Das müssen wir echt mal abwarten. Was wir auf jeden Fall wissen ist, dass wir mit Azumeril diese Schwächen haben. Und wir sehen, Pflanze ist natürlich da, aber die tun wir ja mit Vegetarier immunisieren. Also heißt gleich Null. Kampf wäre nur auf die Hälfte. Gestein wäre halt auch mal eins. Aber so wie es aussieht, könnte es sehr, sehr, sehr gut sein, dass Prigeron hauptsächlich mit einer Kampfattacke versuchen wird, Damage zu machen. Weil er kann Bodypress. Und Bodypress hat die Möglichkeit hinzugehen, so höher seine Verteidigung ist, so mehr Damage macht er. Und das Problem dabei kann nämlich sein, dass wenn er Bodypress einsetzt und er hat eine relativ hohe, sehr hohe physische Verteidigung. Das heißt, er wird recht guten Damage machen. Und er könnte auch noch Eisen abwärmen. Es könnte ein bisschen problematisch werden. Aber das Gute ist, solange ihr nicht Terra kristallisiert, habt ihr schon mal beispielsweise keine großartige Kampfschwäche. Das heißt, es wäre nicht so schlimm. Also müssen wir mal abwarten, wie das endgültige Moveset von Prigeron ist. Aber ich könnte mir sehr gut vorstellen, wenn das Game nicht schlau ist und wirklich relativ oft mit einer Pflanzenattacke angreift, dass ihr da sehr gut wegkommt. Weil wie gesagt, ihr einfach diesen Vorteil habt, dass diese Runden leer sind. Das ist so wie bei Italion, wenn ihr gespielt hattet mit Kramor zum Beispiel, mit Spiegelrüstung oder auch Monetigo zum Beispiel mit Goldkörper. Aber wenn Intelion einfach Trugtrainer einsetzen möchte, um euch zu senken, dann ist es egal, weil es passiert ja nichts, weil ihr immun dagegen seid. Also da war das ja auch, dass der Titan einfach mehrmals die Attacken eingesetzt hat, die gar nicht effektiv waren. Und wenn das hier der Fall sein sollte, jo nice, für jedes Mal steigt euer Angriff. Also wie gesagt, man müsste dann wahrscheinlich auch keinen Bauchtrommel spielen. Nebenbei, Leute, Wesen soll hart sein, hartes Wesen. Das würde ich auf jeden Fall mitnehmen. Und der Vorteil könnte sogar sein, dass wir eventuell sogar zuerst angreifen, weil die Werte von Azumerel, ich mach das mal hier nebenbei auf, dass Argo wird eng gut, Prigeron hat höhere, nee, Prigeron wird zuerst angreifen, leider hat Azumerel hat wirklich einen sehr, sehr schlechten Initiativwert, das ich jetzt gerade erst uff. Ja, aber das wäre auf jeden Fall so mein physisches Pokémon, was ich spielen würde eventuell und was ganz gut funktionieren kann. Ja Leute, schreibt mal in die Kommentare, wie seht ihr das, wer wird euer Favorit sein? Ich habe ja bereits jetzt schon Videos vorgestellt zu Mantidea, habe ich euch schon vorgestellt gehabt. Und würde mich mal interessieren, achso und Silvaru, genau, ich habe Mantidea und Silvaru vorgestellt, würde mich mal interessieren, was euer Favorit ist. Bei mir ist es aktuell immer noch Mantidea, ich glaube immer noch, dass das Pokémon sein wird, was am besten durchlaufen kann. Ich werde eins noch vorstellen, ein viertes kommt noch vor dem Freitag und ab Freitag wird es auf jeden Fall genug Videos geben, Leute. Es wird zumindest mal zwei, maximal drei Solo-Taktiken geben, die beste Taktik zum Farmen, ob es eine One-Shot sein wird, oder halt eine zweite Runde, hängt ein bisschen von Schutzstacheln ab. Und natürlich auch Samstag, 18 Uhr, der Livestream hier auf dem Kanal, wo wir halt mit der Community zusammenlaufen. Falls ihr alleine Probleme habt oder generell mal mitspielen wollt, kommt gerne in den Stream. Vielen Dank fürs Zuschauen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dennne und ciao. Ciao.